Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Fragberger Show hier im Arbe Verkehrsradio. Es freut mich, dass Sie auch diesen Samstag wieder eingeschaltet haben. Wir klären heute nämlich etliche Themenbereiche, die unter der Überschrift Ist das so? stehen könnten. Autofahrermythen, Grauzonen oder doch Strafdelikte, das klären wir heute in der informativsten Show im Digitalradio. Machen Sie ganz einfach mit und stellen Ihre Fragen in der Fragberger Show. Schreiben Sie uns dazu eine E-Mail an verkehrsradio at arboe.at oder Sie schreiben mir auf Facebook oder auf Instagram. Ich freue mich auf Ihre Fragen und liefere natürlich die passenden Antworten dazu. Gleich geht's los mit der ersten Frage. Und jetzt starten wir mit dem Autofahrermythos Nummer 1. Nicht erst einmal habe ich gehört, dass die Heizung im Fahrzeug den Tank schneller entleert. Deshalb ist es sinnvoll, mit einer Jacke Auto zu fahren, statt die Heizung einzuschalten. Man spart nämlich dadurch Sprit. Ja, ist das so? Nein, verehrte Zuhörer, nein. Die Wärme, sprich die Heizung, ist fast gratis im Fahrzeug, denn der Motor erzeugt ja Hitze und diese Hitze wird in das Wageninnere weitergeleitet. Problematischer ist es bei Elektrofahrzeugen. Da saugt die Heizung natürlich an der Batterie und somit am Strom. Fahren Sie kein Elektrofahrzeug, können Sie ruhig im Auto die Heizung aktivieren. Der zusätzliche Spritverbrauch ist derart minimal, dass Sie ihn nicht mal merken werden. Bleiben wir beim Sprit bzw. beim Tanken oder besser gesagt beim zu viel Tanken, sodass der Tank nämlich überläuft. Ist das so? Gleich gibt's die Antwort. Beim Tanken muss man aufpassen, dass der Tank nicht überläuft. Ist das so? Im Normalfall nicht. Denn eine Zapfpistole saugt während des Tankvorgangs Luft aus dem Tank. Sobald keine Luft mehr im Tank ist, schaltet sie sich ab. Automatisch. Das heißt, den Tank übervoll machen kann eigentlich nur derjenige, der tankt und dabei immer wieder nachschenkt. Soll man jetzt den Tank ganz bis an den Rand anfüllen? Hier lautet die Antwort, im Sommer eher nicht. Denn der Sprit dehnt sich bei hohen Temperaturen aus und dann kann es schon mal schnell passieren, dass der Tank überläuft. Außerdem schadet ein überlaufender Tank der Umwelt und auch dem Autolack. Also lassen Sie lieber immer etwas Luft nach oben, im wahrsten Sinne des Wortes. Ja, um die Rettungsgasse geht's in unserer nächsten Frage. Das sollten Sie auch nicht verpassen. Fest verankert scheint der Glaube bei vielen Fahrzeuglenkern zu sein, dass eine Rettungsgasse gebildet werden muss, sobald Rettungskräfte kommen. Der Ansatz ist ja schon mal nicht so schlecht. Zumindest weiß man schon mal, dass es eine Rettungsgasse gibt. Aber diese erst zu bilden, wenn ein Einsatzfahrzeug kommt, ist leider falsch. Oder zu spät. Denn die Rettungsgasse muss sofort, wenn Stau entsteht, gebildet werden. Egal, ob es sich um Überlastung oder tatsächlich um einen Unfall handelt. Wie funktioniert die Rettungsgasse? Ganz einfach. Die Fahrzeuge auf der ganz linken Spur fahren nach links. Die Fahrzeuge auf der mittleren oder auf der rechten Spur fahren nach rechts. So können die Einsatzfahrzeuge ohne Probleme die Rettungsgasse durchfahren. Gerade jetzt, wo es draußen eigentlich immer schöner werden sollte, ist die Versuchung sehr groß, das eigene Fahrzeug mit Flipflops, mit Schlapfen oder mit Highheels zu lenken. Das ist jedoch nicht erlaubt, oder? Ist das so? Hier muss man festhalten, dass die Straßenverkehrsordnung nicht vorschreibt, welche Art von Schuhen beim Autofahren tatsächlich getragen werden dürfen. Das heißt, theoretisch ist das Tragen von zum Beispiel eben Flipflops erlaubt. Es darf auch barfuß gefahren werden. Wir der Arbe Informationsdienst raten allerdings dringend davon ab, denn sollte es zu einem Unfall kommen, kann sich die Versicherung querstellen und Zahlungen verweigern, wenn der Unfall vielleicht mit einem festen Schuhwerk vermieden hätte werden können. Also, lieber gescheite Schuhe beim Autofahren anziehen. Ist das so? Das war unser heutiges Thema in der Frag-Berger-Show. Ich hoffe, Sie konnten vielleicht das ein oder andere daraus lernen und mitnehmen. Die letzte Frage von heute dreht sich übrigens ums Radfahren unter Alkoholeinfluss. Hat man zu viel getrunken, lässt man das Auto lieber stehen und fährt mit dem Fahrrad nach Hause. Ist das so? Ist das so? Machen vielleicht viele. Erlaubt ist es aber keineswegs. Bereits ab 0,5 Promille Alkohol im Blut ist auch für Fahrradfahrer die Fahrt vorbei, sollten sie von der Polizei kontrolliert werden. Schließlich bewegt man sich ja im öffentlichen Verkehr und die Sicherheit sollte immer das Wichtigste sein. Hier dann allzu besser ein Taxi rufen, sich abholen lassen oder den Heimweg zu Fuß antreten. In diesem Sinne, schönen Samstag, schönes Wochenende und wir hören uns nächsten Samstag wieder hier im AB Verkehrsradio. 4 11 12 11 16 20 17 20 22 23 21 23 24 23 24